Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Flatworld. Ja in der letzten Folge haben wir ein bisschen getradet. Jetzt Offcam haben wir aus Versehen ein bisschen noch gemacht. Also ja wir haben ein paar Löcher gemacht und ja haben halt jetzt eine Schallplatte bekommen aus Zufall. Und unser wunderschöner Baum. Und genau wir haben unseren wunderschönen Baum geupgradet. Der ist jetzt 7x7 bzw. geht jetzt an die 8x8 zu und dann werde ich ihn auch beziehen. Also ich weiß nicht, Millionenjoshi ist auch dabei. Willst du den beziehen oder darf ich den beziehen? Du? Okay. Ich hab mein Haus. Okay. Das ist sehr lieb. Und dann werde ich das denke ich auch lassen, weil 8x8 ist schon recht. Also auf 10x10. Oder 10x10? Ne. Also ich habe keine Zepplinge mehr. Wir müssen jetzt bloß noch Baum mir irgendwie dran bekommen. Ja, ich töte hier grad was Skelette. Das Skelett macht unsere Farben kaputt. Ja, wenn du ihn schlägst. Ich hab keine Knochen. Ich hab halt auch gar keinen Schwert. Ich hab 5. Du hast 5? Ich hab 5 Knochen. Heißt doch safe aus. Oh, da ist noch ein Skelett. Hm, vielleicht werden wir in dieser Folge auch noch ein bisschen Train. Mal gucken. Ah, hier ist noch ein Skelett. Würd ich schon sagen. Ich hab ja noch mein Eisenschwert. Das benutze ich jetzt auch. Alles was getroppt? Nö. Sad life. Oh nein. Diese Spinne, die an dein Haus krägt, ey. Ja, ist so. Aber ist Haus zu. Könnte man nicht irgendwann mal Wattenflash als, ähm, Gendelmaterial benutzen? Ging das nicht? Nein. Du konntest mit einer Mod aus Wattenflash Leder machen. Was konntest du? Aus Wattenflash konntest du Leder machen, aber mit einer Mod. Achso. Oh, der wäre fast neben den Baum geplatzt. Äh, äh, geplatzt. Geplatzt. Der Fieber wäre geplatzt. Man kennt's. Machen sie doch immer. Fieber explotieren nicht. Die platzen. Ah lol, hier ist... Nein, hier ist ein Bauer-Zombie-Dorfbewohner. Und? Das ist nicht unser. Achso. Das ist zu weit weg von unserem Dorf. Oh, ich hab, äh, Dinges. Boah, Alter. Tja. Die eine Spinne, die tut mir einfach nix, weil die an meinem Haus klebt. Wie so ein Stück Kaugummi. Können wir mal bitte Tag machen? Ja, mach mal Tag. Es verbrennen hier alle Mobs erstmal. Dann haben wir erstmal auf uns Knochen wieder. Ich hab ein Knochen. Machen wir jetzt erstmal Tools, ey. Das ist ja... Und er ist fertig. Acht mal acht. Echt? Ja. Oha. Wir können ja mal gucken, vielleicht machen wir irgendwann ein Upgrade auf 10x10. Dörfen wir halt hier nichts abbauen von den großen Bäumen. Das ist alles so Deko. Hm? Die großen Bäume darfst du hier oben nicht abbauen, ne? Ja. Alles so belasten. Aber ausfüllen musst du es dann. Ja. Ich glaube, die Bäume hier ringsrum wegmachen, was sie nicht so stören. Ja. Und wir müssen halt gucken, welche Höhe das jetzt ist, ne? Ja, das wiss ich nicht. Okay, wo wurde, wo wurde ich ein Loch? Eins, zwei, drei, vier. Aber es ist halt unsymmetrisch, müssen wir es dann so eine Doppeltür machen. Drei, vier. Oder wir machen neun. Neun mal neun, dann hast du dann mit deinen... Ja gut, dann machen wir neun mal neun. Ja. Machst du noch Stepplinge? Ähm. Wir können vier mal vier Bäume jetzt hier füllen. Äh, den vier mal vier. Den vier mal füllen, den zwei mal zwei. Also ich kann bei mir noch paar Bäume füllen. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn brauchen wir noch. Hm. Ähm. Matta, oh, Hausaufgabe, wie groß ist das Volumen des Baumes? Lass das mal ausrechnen, Miesi. Ja. Aber können wir nur ungefähr machen, oh. Da müsstest du dir den Block so einberechnen. Na, wie hoch und die breit? Brauchst du ja bloß A mal B mal C. Ja. Ja, ne? Brauchst du doch. Das ist da hier so ein hier Quadrat, Quadrat? Also neun mal neun. Ja, und die Blätter musst du ja mitbezählen. Ja, ne, es geht ja bloß an den Baum an sich. Zehn Stück? Eins, zwei, drei, vier, fünf brauchen wir noch. Ja. Ich gucke, ob ich äh, Knochen kriege. Wenn ich in unsere Höhle der Monster gehe. Ach, die Scheiße. Du hast Scheiße gefunden? Ah, wir können eine neue Schaltmatte kriegen. Nice. Hm, miesi. Jetzt hat der, jetzt hat der auf das Skelett sich fixiert und ist beim Skelett... Äh, toll. Jetzt haben wir ein Problem. Weil hier jetzt schon ein fettes Loch ist. Das wird Tom schon im Märkten. Sieh, ich kann nicht mal was dafür. Sagen wir das Skelett raus. Ja. Das war's schon. Boah, schon. So, alles repariert. Das ist ein schöner machen. So, ich hab jetzt Knochenmehl noch. So, ja. Ich Junge ist der Baum hartnäckig. Ja, ich hab auch mal so einen Haufen Knochen mehr reingepfeffert. Der ist da seit fünf Folgen. Der ist schon seit fünf Folgen. Der Baum. Echt? Ja. Der geht nicht kaputt. Ja. Der geht nicht kaputt. Ja, ne, ne, das kracht. Das müsste wahnsinnig. Das macht wertendes Knochenmehl. Spawnen keine Monster mehr, wenn man sie braucht. Wer braucht die? Ja, ich, weil ich brauch Knochenmehl. Ich will meinen super mega Baum. Ja, hier am Anfang spawnen Zombies. Jetzt nicht mehr. Der Baum ist fertig. Ich glaub, ich mach davon jetzt noch ein Screenshot. Ja, also auch noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ne, lass mal 9. Ne, lass, ich musste bloß irgendwo wo ich reinkomme. 1, 2, 3, 3. Okay, seid ihr bereit? Bist du bereit? Ja, wir haben so viel Holstern. Bist du bereit? Ich mach den Stich. ja was ist das volumen jetzt werde ich herausfinden wenn ich weiß wie hoch der baum ist und er ist angeschnitten er ist vollbracht der mega große mega baum im denk dran aber jetzt hier ne weit zu machen 1 2 3 das nur 3 an der seite also jetzt noch ein und mehr darfst du nehmen wo ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen höher bauen ja wo ich kann ja so ein raum machen und dann zu etagen oder du musst halt gucken nicht alles so riesenbäume geworden das ist das problem einige sind nur vier groß 3 und da darfst du nur 1 2 3 7 nur 1 2 3 4 ah ok wir wollen nicht mehr ich wünsche dir viel spaß danke jetzt ist so du hast erstmal keine holzprobleme mehr das stimmt aber das ist auch zu viel ok aber jetzt schon über den stack was ich glaube was du schon dazu sagen gehört dass wir hier einen riesenbaum gepflanzt haben ich weiß es nicht halt gepflanzt nicht gebaut ist so soll ich den boden aus holz stemmen aus normalen holz oder so die umrandung als holz stemmen ja das kannst du machen hast du eine schaufel nö warte ich brauche mir kurz eine da fällt mir ein ich habe keine sticks ach doch das ist so dumm hier denk dran ausleuchten noch oh gott ja kannst du bitte fackeln mitbringen ich habe keine fackeln deswegen sollst du ja welche mitbringen ich habe keine frage ich habe keine frage was soll ich mitbringen wenn ich es nicht habe bau dir welche ich bin zu arm dafür er klau bei tom hat er welche gucken wir mal nach der ist auch zu arm dafür ich baue so einen raum in einem raum und baue dann immer so mehrere räume so guck mal hier baue ich jetzt einen raum weißt du auch umrandet mit so einer wand und hier kommt dann so eine treppe nach oben wo dann auch mal nochmal so ein raum ist nein okay das verschwendest du doch viel richtig viel platz einfach ja das stimmt auch eine scheiße ist das ein riesenbaum wir müssen auch so wurzeln machen gleich ja das hat der baum verdient oder das ist der big bababoo baum aber der ist zwar fett aber irgendwie nicht so ganz groß muss ich sagen ja finde ich ein bisschen schade aber die blätter sehen so richtig aus wie ein dach irgendwie ja aber jetzt ist mein picke kaputt wer baut heus mit einer picke hey ich meine meine axt also also ist gerade kurz kurz enges da sehe ich jetzt ja na danke warte junge das wird der fetteste big bababoo baum den ich je gebaut habe und der ist fett als vom dschungel die bäume isst du alter das ist ein fricken 9x9 baum was willst du das ist der ist fett als alle anderen bäume in minecraft ob ich dafür ein weltrekord kriege nein schade ich geh aber mal ein x-ray äh um zu sehen wie hoch ich bauen kann ach du scheiße gar nicht hoch ich kann einfach nur noch eine etage bauen gtf ja weil manche bäume sind nur vier mal vier äh vier mal eins ich kann nur vier blöcke hoch bauen naja oder du machst hier laub weg aber dann könnte die gefahr bestehen dass du hier dass das laub von alleine weg geht mhm oder wir bauen es künstlich jetzt noch ja das wäre vielleicht am besten mhm jetzt brauchen wir eine schere um den laub abzubauen oder ich hab halt einen einen großen äh einfach einen großen raum naja oder wir machen halt wirklich wir sagen wir machen es künstlich dann wird der auch größer sein der baum ja dann ja dann machen wir es künstlich alter junge wie viel wie groß das ei einfach schlafen jetzt ist äh lass mal schlafen gehen ich kann nicht schlafen mach mal Tag dein warte mal slash time add das heißt time add genau alter junge wie fett das einfach ist da kommt nicht drauf klar da kommen wir drauf klar problem gelöst alter das ist ja ein fettes ding so ich geh noch mal ein spectator ja gut ähm es ist schon der erste creeper in den baum gespawnt ich würde da nicht reingehen warte ich schneide ihn ab ja bitte warte mal wie creeper warte mal kann ich ja jetzt in den reingehen ne oder ja also diese ansicht oh jetzt ist er tot ok ich kann du brauchst wackeln du brauchst wackeln ja eine eins kann ich noch eins kann ich noch hoch bahn aber das war es dann danach habe ich also da habe ich schon Löcher dann drin ich weiß jetzt nicht was du jetzt wie du da jetzt vorgehen möchtest naja also du kannst das ja machen aber wir müssen es künstlich wieder machen damit die blätter ab also dort bleiben ja also ich baue jetzt mal hier ein paar blätter ab einfach würde ich sagen also nicht von deinem baum jetzt von meinen baum meine ich ja ja okay ist ausgeleuchtet ist auch schon mal so dann platziere ich hier mal eine tür rein aber das schworhaus bleibt natürlich noch also das ist mir egal das würde ich jetzt sagen kann ich ja ich würde das jetzt einfach mal hier so stehen lassen ich würde sagen das war es dann für diese folge gewesen ich hoffe sie hat euch gefallen ja lassen like da abonniert aktiviert die glockung keine videos mehr zu verpassen würde mich sehr freund und unterstützen ähm genau hier seht ihr nochmal ein video von der letzten folge oder eine andere folge und einmal die playlists braucht doch hier keine oder? nein bestimmt nicht von meinke flatworld und die playlists und ähm ja mein kanal in der mitte auf meinem gesicht da drauf klicken da könnt ihr gleich abonnieren das würde mich sehr freuen und ihr verpasst wie gesagt keine videos ja hatte los ja tschüss tschüss r